Hallöchen meine Freunde in der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect. Ich habe jetzt mal ein bisschen geschummelt. Und zwar habe ich einfach mal mit dem Cloning Tool den Visitor Booth nachge... Also kann man jetzt so nicht sagen, weil ich habe ihn nicht gefunden, ich habe ihn noch immer nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wo der ist. Wir haben jetzt welche auf Lager. Ich habe sie auch eingeräumt. Oh, ich finde sie trotzdem nicht. Weil die sind hier eingelagert worden. Irgendwo müssen sie sein. Da. Das heißt, die sind eingelagert. Die liegen hier drin, aber... Wie ihr seht... Hier sind sie nicht. Na, wie ich mit V eintippe, irgendwas... Gibt es nicht. Schiff... Das gibt es nicht. Ich gebe ein Objekt verkaufen. Also ich weiß nicht, warum. Funktioniert hat es nicht so, wie es soll. Also habe ich einfach zum Cloning Tool gegriffen. Das haben wir ja hier unter Quick. Cloning Tool. Zack, zack. Zack, zack. Ist egal. So, also wir wollen... Naja. Ich glaube, das entspricht etwa dem... Nee. Nur mal kleiner. Brauchen wir. Obwohl nö, ich steck den jetzt einfach dahin. So. Macht das Cloning-Tor wieder aus. Jetzt wird der hier nochmal hingebaut. Mein Problem ist nur, dass ich den aber nicht im Objekten-Menü habe. Hier taucht der nämlich nicht auf. Das heißt, ich kann ihn trotzdem nicht auswählen und aufbauen, Weil das ist nämlich genau getauscht, die heftigen und Besucher. Das muss ja genau andersrum sein. Oder muss ich da erstmal einen Besucherraum draus machen? Besucherraum. Machen wir mal. Quatsch. Objekte. Taucht der jetzt auf? Nö. Es gibt den Visitor-Boost nicht mehr. Warum? Verstehe ich nicht. Römer. Weg. Alles, alles weg. Weg, 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 weg. Ich kann ihn witzigerweise abreißen. Ähm, Moment. Äh, hier, ich kann sagen, abreißen, abreißen und abreißen. Das heißt, eine Verbindung löschen. Geht nicht. Okay, verbinden, gut. So, jetzt habe ich den hier. Jetzt wird er halt in den Lagerraum verschoben. Aber. Der müsste ja unter Objekte sein. Ist er aber nicht. Warum auch immer. Ja. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Wieso, weshalb, warum der rausgeflogen ist. Müssen wir uns erstmal mit dem Besuchertischen begnügen. Wollen wir mal gucken, wie viel wir hier hinkriegen. Äh, nee, genau andersrum. Zack. 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 Warum ist eigentlich da eine... ...ein Tisch. Äh, ne... ...ne Tür. Wir meinen, unsere Wachen können ja auch so umlaufen. Und die Putze auch. Dann können wir doch einfach eine Mauer. Mauer. Geht dann auch einfach. Mauer. Zack. Fertig ist. Das sind ja eh zwei getrennte Räume, glaube ich. Ständer, wenn ich die jetzt wieder abreiße. Müssten es doch noch immer zwei getrennte Räume sein. Wer mag ich mal testen? Zack. Nein. Da, Verbindung. Ja, immer noch zwei getrennte Räume voneinander. Das heißt, hier das gleiche Spiel abreißen, entriegeln. Fertig ist. So, machen wir die Tür auf. Schwupp. Tür ist weg. So. Wie viel Geld haben wir? 15.000. Passt. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Gefängnis... Ne, warte. Zack, das kommt nochmal an der Mauer hin. Eine Gefängnistür. Denn unsere Gefangenen müssen ja auch irgendwie hier reinkommen. In diesen Teil der Zelle. Äh, das Besuch heraus. Und... Den können wir auch erstmal in den Entriegelmodus packen. Und ihr müsst mir echt mal erklären, also wenn ihr wisst, wieso, weshalb, warum der Visitorboos wieder rausgeflogen ist, Ich wüsste es gerne. Weil, ne, der ist ja nicht da. Ich weiß nicht, wieso. Wüsste ich jetzt echt gerne, wieso der rausgeflogen ist. Irgendwann muss ja da sein. Was ist denn hier los? Arbeit in der Warteschlange. Bah. Ihr habt da nichts zu tun. Auch nicht Gartenpflege. Macht das hier und fertig ist. Da drüben braucht ihr noch ja nichts zu machen. Spielt haben wir... Na, wir warten noch ein bisschen. So, Besucherraum haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Denn brauchen wir jetzt... Eine Kantine. Und ne Küche. Das Gute ist, die Küchengeräte für ne Küche hätten wir. Ja, dann bauen wir noch eine. Ein Betongebot. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier fangen wir an. Sollte reichen, ne? Ja, das wird die Küche. Person... Ne, kein Bett. Personaleingang. Zack. Passt. Dann kommt... Hier eine größere Kantine ran. Hier der Zellenblock. Ja, doch hier der Zellenblock hin. Erstmal. Und dann die Kantine. Und ich weiß, wo ich die hinsetze. Ob ich die nach oben draufgehe. Nicht wahrscheinlich hier so ran. Wird dann Kantine. Das heißt, ich brauche erstmal auch... Zack. Strom. Hier brauchen wir noch die Metalldetektoren. Schwupp, schwupp. Brauchen wir natürlich auch noch Strom. Schwupps, ach, hier ist schon der grüne Bereich. Ah, ein anderes grün. Okay. Also, wir kriegen drei Häftlinge. Genau, wir müssen ja wieder auf 64 kommen. Sonst wäre es doof. So, das steht. Objekte. Wir haben noch. Spülen. Die klatschen wir hier unten hin. Eins, zwei, drei. Also haben wir vier. Wir holen uns hier vier... Wie viele Köche haben wir aktuell? Personal. Krieger, Köche. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Vier sollten reichen. Ja, ein Koch pro zehn Leute. Vielleicht vielleicht passen 40 rein. Oder waren 20. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 20, 22. die zwei fallen weg glaube ich sind auch nur 20 1 2 3 4 5 ja 20 wir machen ja so ein zählblock zweimal in rege sind 40 ein koch pro 10 sollte reichen die küche selbst worauf die versorgung lang gelegt genau durch die tür passt also objekte herd 1 2 3 4 zack zack 1 2 3 4 kühlschränke 1 2 3 4 5 6 8 ich mach mal zwei herde pro koch und pro herd einen kühlschrank mülleimer und der rest passt ja doch passt passt was 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 versorgung geld haben wir noch ein haupt wasserrohr nach da ein dünnes wasserrohr nach da einmal strom nach da dann passt das auch schon mal und ich denke mir das sollte war sieht das eklig aus hier das geht dann soweit ne ja wir reißen wir noch die bäume hier außen ab zack 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 da sind auch noch bäume damit die da auch weg können so sind hier auch verspunden so die zweite küche steht jetzt kommt das geld in den zellenbau gibt es denn da probieren soll im kloning tool also bei der einzelzelle basic cell sind die so aufgebaut wie ich sie gerne hätte nicht ganz ne muss man anders machen müssen wir anders machen müssen wir anders bauen ich sag mal wie viel abstand lassen wir nach oben ist eigentlich wo es kommt keiner rein wenn wir hier dreier abstand lassen also ganz kurz gucken also drei von da wäre also drei von da weg 1 2 3 3 von oben weg 1 2 3 wäre da ne doch passt doch passt das ist aber nur der zaun für mich zum gucken das wäre nämlich der zaun und denn noch mal ein dreier abstand kommt das gebäude hin schwupp selbst wenn bitte meine markierung genau und nach und nach nimmt der neue bereich es haben leute bestanden ich fasse es nicht zeige es mir an programme grundausbildung oh mein gott zwei leute haben bestand ich fasse es nicht oh gott ist das schlimm den allgemeinen müssen sie auch noch schaffen weil die müssen erstmal grundausbildung bestehen die 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 grundausbildung bestanden haben dürfen an der allgemeinen bildung teilnehmen ich glaube wenn sie die bestanden haben erst dann nehmen sie das ding hier in beschlag jetzt macht doch mal auf der aller ding eine allgemeine hier ist ein separates programm halten sie rapid tisch 3 starten wir mal aber auch eigentlich qualifizierte für ich habe das vielleicht doch mit den tischen eine woche die andere werkbank noch ne glaube ich wir stellen hier einfach mal rein so ich stehe da einfach mal zwei reihen 22 haben wir ja ne holz haben sie auch sägen haben sie auch vielleicht wird sie aber mit den betten betten waren es nach ja so ist meine markierung meine markierung ist da so dann brauche ich wie groß ist denn der raum also ich würde die bauen genau die bauer zwei mal wusste kann man später immer noch daran hängen wie groß bist du planning tool wände das ding ist exakt 32 x 23 1 2 3 1 2 3 zack 1 2 3 1 2 3 32 x 23 ist schon arg groß das ganze jetzt zwei fast zwei mal denn kommt du bist sechs mal 16 weil guckt ja direkt daran also 6 6 mal 16 zack das ganze nochmal das sind 6 mal 16 zack also 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 du kommst auf die höhe das sind jetzt 23 das sind jetzt 23 zack das kann man dicht machen und das war ruhig hälfte knapp ne 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 so das wäre dann also der neue zellen block klingt jetzt nicht so verkehrt wird nur teuer werden zuerst gebaut werden soll ja der block mit der dusche wäre so die erste idee beziehungsweise wir müssen wir müssen den ganzen block bauen also den block plus die zwei duschen das und das die wird erstmal zugemacht und ich baue es anders ich baue das als ein gebäude brauche ich nur eine tür reinsetzen und mache den rest hier mit wänden das sollte eigentlich so weit klappen ja und von der aufteilung her geht es ja darum sind hier alles einzelhaft zellen also knapp die hälfte aller insassen die wir haben 22 von 40 die da oben reinkommen also da können in einzelhaft landen ist jetzt nicht so verkehrt ja doch doch passt passt so das haben sie jetzt auch wann es arbeiten angesagt die sind von der freizeit noch planen trug aus arbeiten ist gleich wieder angesagt ok bin da mal gespannt ob zu einer schafften bett zu bauen das würde mich ja noch interessieren ob das geht sonst auf einem arbeitsmodus kann einer in der zeit ein bett bauen zehn sollen ja produziert werden auch jetzt sagen sollte man nicht eigentlich eine wache sein in dem zeitraum da irgendwie wo will der mit der holzstämmen hin ach so ich dachte das ist ein heftling ich war schon wieder voll verwirrt nee das passt nicht das reicht nicht was hat er damit hier weg gemacht warum auch immer aber das scheint ja alles irgendwie zu klappen so und wir sind schon wieder am ende von der folge angekommen doch schon na gut sag ich mal vielen dank fürs zusehen für diese woche glaube ich dritte folge gewesen wir sehen uns dann nächste woche wieder wenn wir denn auf jeden fall den antrag für den zellenblock c annehmen dann müsste die kohle reichen um das ding als fundament zu bauen und dann wird es nächste woche weiter gehen mit dem neuen zellenblock also viel dafür zusehen und bis denne ciao ciao